Das geht 23 Minuten, da muss viel passiert sein. So, hier müssen wir mal sagen, ob das laut genug ist. Das ist ein bisschen sehr laut. Zum Glück sah das bei uns nicht anders aus. Ey, der Witz hier an der Sache ist, ja das ist ja, also das scheint ja so ein Ding gewesen zu sein. Aber ihm ist keiner hinten reingefahren. Was ist denn hier los? 5k SOF. Okay, gutes Intro. Push, I guess. Ja. Das Crash ist ahead. Crash ahead. Come to a stop. Full stop. Right around the corner. Full stop. Right here? Ja. Oh my god. Ja. Oh, die benutzen noch Ventrilo, oder? Ist das der Ventrilo-Sound im Hintergrund? Ich glaube, das ist der Ventrilo-Sound, ne? Oh my goodness. Just reset. Oh, der Typ ist immer wieder zurück. Was macht dieser weiße Ferrari, Mann? Ich bin nicht sicher. Okay, wir sind noch nicht letzte. Das ist Discord. Hat Discord den Ventrilo-Sound? Das ist doch von Ventrilo, oder? Dieses Beep, Beep, Beep. Ja, ich bin sehr glücklich, dass wir alle durchgeführt haben. Ein bisschen Damage auf der Back. Aber alle haben eigentlich geblendet. Oh! Schau, LAP 1. Zwei Fahrzeuge hinter mir. Er ist wirklich sensibel und schlägt. Nein! Und er hat einfach... Oh mein Gott. Das ist der Schlimmste. Das ist der Schlimmste für ein LAP 1, das ich gesehen habe. Und das ist alles Runde 1? Ich glaube, da ist das Rennen vorbei. Oh mein Gott. Das ist ja richtig bitter. Oh! Oh! Oh, die Clips sind immer so unterschiedlich laut, ne? Das kann man alles gar nicht so... Ich mag... Beep, Beep, Beep. Ja, Podium, Alex. Ja, das ist... ...heel... ...heel... ...ver weg noch. Gibt's dafür ne Slowdown? Oh, Schaller? Was ist bei Schaller passiert? Geht's weiter doch. Oh, mein Bildschirm hängt. Oh! Was ne Scheiße! Nein! Einfach Bildschirm ausgegangen! Oh nooo! Ja! Ist schon weg! Oh nooo! Oh, ist das ärgerlich! Nein! Was kommt? Oh! Okay! Pedalausfall oder so? Der sah schon nach Pedalausfall aus, oder? Der ist ja voll geradeaus durchgezogen. Okay, der liegt da immer noch. Oh shit! There was a stopped car? I didn't get it... Yellow. Boah, das fällt bitter. Sorry, 41. I don't have a yellow flag or anything there. Ah, I got a maple, dude. Is das Runde 1? Ne, 51? Kann man das irgendwo sehen? Alter Verwalter! What the fuck? Wow! Selbst abfliegen kann der Jürgen professionell. So, wir gucken uns das noch mal an. Ah, ein Bild für die Götter. Wahrscheinlich hat er angesagt, pass auf, ich mach 360 und ich schlag nicht ein. Okay, Wette gilt. Ich sag, schaff's nicht. Okay, und Kasten. Auf der Nordschaffung. Okay, okay, los geht's. Pass auf! Zeige ich dir jetzt! Ah! Wow, was ist safe! Ah! Safe den! Das war kein 360. Tut mir leid, jung. Du hast die Karre verloren. Du hast die Wette verloren. Entschuldigung. Nee, 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 nee. Aber krasser Safe! Nix passiert! Außer Reifen! Ha-ha-ha! These guys aren't that slow. They're really not too bad. Uh-oh. They're staunchy as hell, guys. Uh-oh. Oh! 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 Clear right! Oh, what are you doing?! I mean, I hope he's got severe damage, and if he has, why would he go around, dude? We just had to overtake someone through the mountain section! What the hell? I didn't want to, but... You can't really break hard as you're coming over the crest, like... Now I'm taking on the mountain. We'll be coming round the mountain when we come. We'll be coming round the mountain when we come. We'll be coming round the mountain when we come. We'll be coming round the mountain. Uh, we're 25th position. Oh no, that's really a jumpscare, oder? Oh, we'll be crashing round the... Ich gucke einfach nur in die Kamera, für denjenigen... The mountain. Nothing I could have done there. Car on your left. Clear on the left. You've got Wild Emmy. Ups. To the bits. Oh shit. Oh no. Oh, da kannst du auch... Ey, da bist du halt nur noch Passagier, da kannst du nix machen. I'm so sorry. I'm so sorry. Alright, alright. Da kannst du halt echt nix machen. Hier, pass bloß auf in der ersten Kunde. Ja, ist schon zu spät. Schon zu spät. Oh man. Was ist da los? Breakcheck aus der anderen Welt. Zu spät. In der... 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 Rein. W.... Wenn es schief ist, dann in die Box. Hast du keine Meatball? Ja, ja da doch oder? Nein, ich sehe nichts hier. Oh, safe, safe, safe. Oh, oh Gott. Was ist ein safe, Junge. Wie ist es? Du bist hier, weil es Jesus Christus hier. Was ist ein safe? Ich bin mit dem Neumatikon jetzt, Mann. Oh Gott, nein, nein, nein. Wtf, David? Oh, Gott. Ich bin mit dem Zagatikon. Ich bin mit dem Zagatikon. Call Tires. Ich bin mit dem Zagatikon. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Oh, er hat das gemacht? Oh, ich bin mit dem Zagatikon. Ich bin mit dem Zagatikon. Oh, das ist wirklich ein Ergatikon. Oh, nein, das ist einfach nicht. Wir sind jetzt nicht. Wir brauchen will damage. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Das ist einfach nicht. Oh nein, das ist einfach nicht. Oh nein, das ist einfach nicht auf dem Zagatikon. Das ist einfach nicht. Oh, Mann. Das ist wirklich so ärgerlich Ich fühle den Schmerz so sehr Ich weiß nicht Du bist im Schmerz Reckle Reckle What ? Ich weiß nicht Warum ist hier auf einmal in der Box ? Ich weiß nicht Nein, nein, in der anderen Seite An der Seite Oh, Junge Das war nicht ich Nein, noch 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 Reckle 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 Vas-y, recule Encore A gauche A gauche A gauche Was macht ihr da ? Ach so, er versucht da raus A droite, a droite, a droite A droite, a droite A gauche A gauche Na gut, zwei Minuten Toeing sparen oder nicht ? Go, t'es down Oh lol Am man Ja, das ist doch nicht so gut. B***h, wie ein Schein? J*** Was für ein Schein? Der ist ein Schein. Der ist ein Schein. Das ist ein Schein. Nein! B***h, was für ein Schein? Ich verstehe. Ich verstehe. Der ist noch ein Schein. Der ist ein Schein. Oh, ich verstehe. M***h, ich verstehe. Du hast einen schönen Fahrer, Peter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ich hätte jetzt gedacht, er saft den. Ich dachte, er war das. Der ist ein Schaden, der ist der J****. Ich verstehe. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh, ja, ja, ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Und, klar. Giga-Safe. Einfach absolute Giga-Safe. Wow. Was ist denn das? Wie geil. Das holt mich ja komplett ab. Brems? Oh, das ist es. Oh, no. Oh. Oh, das ist schon mal besser. Oh. Das fuchs auf. Das ist so weit. Oh. 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 Oh, das ist ein bisschen. Oh. 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 Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das war eine Kamera, ja, auf dem Kopf. Das war POV, quasi. Das kennst du ja aus, ne, POV, wahrscheinlich, Bojo. Oh! Oh, nein! Save it, save it, save it! Yes! Nice save. Nice save. Ja, über sowas freue ich mich immer, wenn Leute das gefangen kriegen. Ja! Das ist okay, Dave, das ist okay. Yo! Okay. Dave? Ja, der BMW. Ja. 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 Sehr gut! Ja. Ja und die im Likee für euch Oh mein Gott Oh mein Gott, wie gut für uns Idiot Das Idiot wurde aber noch mal schnell Oh, ist das laut Oh, ich glaube, den kannst du vergessen Den Wagen Hat der eine Soundboard drin? Mann, wie krass klingt der BMW Ja, ist das eine Soundboard drin? Tío, abren la puta puerta y dejan entrar al puto gato de los cojones Es que No No, abren la maxfus No, yo al puto box Toda rata sera jodida, tío Can't stop the head But where Und der hinten auch noch Ey, die Stelle ist wirklich so unfassbar undankbar, wenn du dich da rausdrehst Ey, du hast keine Also du brauchst wirklich jemanden, der unfassbar weit zurückgucken kann Um zu wissen, ob da einer kommt Das ist so doof, wenn du dich da drehst Und da drauf reagieren ist auch richtig schwer, weil wenn du zu doll bremsz, dann kartei der andere hinten rein, weil da kannst du auch nicht so hart in die Eisensteine Oh, das ist so richtig doof Ich glaube, dass wir heute eine Säfte-Rating bekommen haben Es gibt keinen Weg, dass wir eine Säfte-Rating bekommen haben Hey, super viele VR-leute dabei, krass Oh, da war ja das Album abgelaufen Watch your speed limit in the pits Pitlane's speed limit is 50 Kilometer per hour Car on your right Box now Oh, das hätte aber auch in die Hose gehen können Boil, sie move The car behind's pit in Ostras Se ha liado el colega, no sabia donde tenía que parar Boil, sieh, sieh, sieh Oh, das ist wirklich schlecht Oh, das ist wirklich schlecht Wenn er sich past, wird es so annoyed Ich werde ihn wieder pushen Oh, nein, nein Was ist er? Was? 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 Was ist er? 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 Was? Es ist er? Was ist er? Why are you playing bumper cars? Why are you playing bumper cars, Josh? Was? He's trying to kill me, man Why are you- Why are you- He tries to kill me, man Why are you- Why are you apologising for him, Matt? Der Chat ist halt richtig krass, ja, I have no idea what my driver is doing. Das sieht mir so aus wie mein Kollege von letztes Mal. Oh nein, wir müssen... Also ich meine, in der Theorie, glaube ich, nach Regelwerk ist das nicht verboten, was da gerade passiert ist, solange er nicht auf der Bremse war. Aber da würde ich ja gar nicht auf die Idee kommen, sowas zu machen. Mich würde mal interessieren, in welcher Runde oder was das jetzt gerade war. Oh, virou a curva, acelera, mano, virou a curva, acelera... Oh, seu tio, fica de safadeza, não, hein, mano. Esse cara entrou. Cê é safado, velho. Seu sino foi correr no Splint 1, mataram ele na T2, KKKK na largada. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, o que que eu fiz, velho? Oh, Deus. Wo kam der denn noch her? Moment, fahren hier welche fort? Especially when they bin it right... Oh, stop! Oh, fuck! Wie der da durchgekompas, what the fuck? Holy shit, I was joking, and then everyone just wrecks. Oh my god, that's an 8-car wreck. Wie der da durchgekompas! Wow! Holy shit! That's the only thing I'm good at, is avoiding wrecks. Wow! Yellow, yellow, yellow. Black side, white, too. Too wide, right side. Too wide, right side. And clear. No, it's fucked up. Oh, save it. Save it, save it, save it. Save it. Um... Slow player head? Yes, yes, it's the... I think he's out of the way. Yeah, he doesn't have a fun, but... He's... Okay, ah, nee, doch! Oh, come on, mal machen! There you go. Got him now. Oh, he's got a drive, too. Push him through the braking zone. Yeah. Okay, James. Don't let this guy destroy you left. Oh, that'll... Oh, my... You're a fucking idiot, buddy. Try the other way up. Yeah, spot that try the other way up. You're an absolute moron, man. Like, zero awareness at all. Oh, my God. Dude? Oh, Porsche macht Porsche Sachen, Fragezeichen? Oh, ich seh den hinten schieben. Was für ein Safe! Was für ein Safe! Oh, ho, 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 ho! Was für ein Safe! Junge! Und er ist eiskalt dabei! Kein Wiener gezogen! Wow! Wow! Was für ein Zug. Oh, ich sehe ihn, voll. Ja, ich sehe ihn. Okay. So, again, there with the strict following that they did of the car in front, making sure not to deviate from whatever line they were setting so they could get as much use of the tow as they could. Parker continues to sit in behind the Apex racing car for the time being, extending that stint, they hope. Also ich hätte ja mit allem gerechnet, aber nicht damit. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nope. Ich habe jetzt absolut entstanden. Ich werde euch das zeigen. Es wird nicht ein B-ball flag. Oh nein, Josh. Schockenstark. Komm, komm, zusammen. Es ist ein B-ball. Das ist ein B-ball. Das ist ein B-ball. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber das ist durchgeheilt. Das ist das lustigste Ding, ich habe jemals gesehen. Oh, shit. Oh mein Gott. Ich war auf dem Replay und habe es nicht bemerkt. Auf dem Replay? Ja, du hast es nicht verstanden, nachdem du das Auto genommen hast. Oh. Oh. Was zum Kuckuck? Where are you? Alter, Verwalter. Die Woche war ja richtig wild, Junge. Oh. Die Woche war ja richtig wild. Naja, wir konnten auch was dazu beitragen. Unser Clip war ja jetzt auch nicht von schlechten Eltern, sag ich mal. Da hat es ja auch richtig gekracht. Aber ich sehe, Barthas ist, ich sag mal so. Macht schon Spaß.